Musik 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 Ja Leute, ich begrüß euch zu einem neuen Video! Heute ist Sonntag der... Heute ist Sonntag der 13. August Und ich dachte mir, ich kann immer wieder ein Video aufnehmen Denn es kam ja ewig jetzt nicht mehr Ein Monat In diesem Video kläre ich auf warum Und ich mach das jetzt Damit ihr nicht das ganze Video sehen sollt Nur wenn ihr wollt, könnt ihr das Video jetzt sehen Und zwar Es kamen gerade Videos Erstens Videoideen Zweitens Schule Und drittens Wir haben ein Riesenprojekt Wir haben ein Riesenprojekt Ähm Gehabt Einige von euch wissen das auch Und zwar Neuen Film Neuen Kurzfilm Und es ist fertig gedreht Muss jetzt auch geschnitten werden Kommt dann Dezember ungefähr Also Winter Vielleicht auch schon Herbst Das wissen wir nicht ganz genau Und was ich jetzt machen werde Es ist schon relativ spät jetzt 17 Uhr glaube ich Genau 17 Uhr Also ich wollte eigentlich noch ein paar YouTube Videos schauen Da wollte ich auch was So Ist voll geil von oben Ähm ich werde ein Bild von mir malen lassen Los Gehts 2 1 1 2 2 2 3 4 3 6 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ähm, kriege ich langsam immer mehr Hunger. Bittlerweile ist es 18.05 Uhr. Ich habe das letzte Mal etwas gegessen zum Mittag, also so wie es eigentlich auch geregelt sein sollte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Leute, ich bin fertig, ich bin wessen. Meine Kameras, fast alle deszeit, muss ich die Aufnahme zwischendurch leider beenden. Und deshalb wird es jetzt auch so ein plötzliches Ende. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video gerne, abonniert mich, wenn ihr wollt. Folgt mir auf Instagram, Twitter, Pipapo. Alles in der Videobeschreibung. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Los! Nice!